hallo meine lieben und willkommen zu tag 139 auf Yildun eigentlich hatte ich vor ungefähr ja so ende letzter woche anfang dieser woche ein anderes video zu machen ich hatte jetzt in den letzten paar wochen leider im real life nicht so eine schöne zeit und deswegen habe ich einen ganz 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 großen fehler gemacht und habe vergessen für ungefähr eine ich würde mal schätzen halbe halbe stunde zu safen habe deswegen auf Orion ich weiß nicht mehr ganz genau aber es müssten um die fünf milliarden deuterium gewesen sein die ich verloren habe zusätzlich noch ungefähr 250.000 große transporter ein paar andere schiffe und noch ungefähr eine andere eine milliarde mehr ressourcen diese ressourcen sollten eigentlich in astro 25 gehen und darüber wollte ich eigentlich ein video machen und darüber wollte ich eigentlich ein video machen auch wie ich die top 20 hochspringe ja deswegen erwähne ich das jetzt einfach in diesem video dass es dieses video vorerst nicht geben wird aus gerade genannten gründen ja hat leider alles nicht geklappt ich habe da sehr lange für gespart habe das sehr lange aufgebaut war dann wie gesagt weil die letzte zeit halt nicht so prickelnd war einmal unaufmerksam und musste dann den preis dafür zahlen naja egal es geht jetzt wieder was besser also deswegen mache ich jetzt auch habe ich mir gedacht jetzt kommt jetzt machst du mal wieder ein video weil ich ja auch mal zeigen wollte wie es jetzt in yildun weitergeht ich habe inzwischen die vier millionen punkte überschritten ich wäre eigentlich auch schon weiter jetzt nach ich habe jetzt vor knapp einem monat das letzte video gemacht zu yildun wäre dementsprechend eigentlich auch schon weiter aber ich habe wie ihr vielleicht seht an meinen planeten angefangen die elfer und zwölfer und so weiter abzureißen und gegen 13er planeten zu ersetzen das wird mich halt noch ein bisschen weiter zurückwerfen aber zum glück sind es noch drei planeten ich komme mit dem nachziehen einigermaßen voran ich kann ja mal hier auf die imperiums ansicht gehen mein internet ist ein bisschen langsam weil ich gerade fallout 76 preload er soll ja heute ab 22 uhr die beta losgehen ich werde mal gucken vielleicht streame ich dazu oder machen video weiß ich noch nicht eigentlich hat mir heute fest vorgenommen mal ein mega pen zu gehen weil ich immer sehr sehr früh aufstehen muss aber ich glaube ich werde eine ausnahme machen naja mal gucken gut also ich habe mir jetzt vorgenommen meine minen erstmal auf stufe 35 29 32 zu bringen man sieht die gehen so langsam in die richtung auf zwei planeten auf zwei planen habe ich das fertig zwei weitere planeten zwei weitere planeten nähern sich dem einen und die anderen muss ich dann halt ein bisschen nachziehen bzw drei dieser planeten muss ich noch austauschen ja verteidigungsmäßig hat sich nicht viel getan die wird allerdings sobald die planeten ausgewechselt wurden und die minen angepasst wurden wird die noch mal etwas angehoben auch hier meine speicher zumindest meine metall speicher werden noch mal was angehoben meine fusions kraftwerke werden auch was angehoben ich werde jetzt gleich auch noch mal elektrotechnik voraussichtlich klicken dass die noch mal eine stufe höher geht dass die fusions kraftwerke etwas mehr in den fokus fallen und ich werde wahrscheinlich auch bald meine solarkraftwerke anfangen abzureißen denn die haben ihre nutzen so allmählich überlebt wenn ich jetzt hier das ist einer das ist einer genau der ist recht weit wenn ich jetzt gucke die bringen mir gerade mal 3.108 energie da bringt mir das fusions kraftwerk über das vierfache und die solarsatelliten bringen mir das sechsfache da habe ich jetzt nicht so den großen nutzen deswegen würde ich jetzt wenn ich jetzt hier gucke auf stufe 17 das wird es schon fast stemmen den verlust wenn ich auf stufe 17 bringe dadurch werde ich die wahrscheinlich abbrechen weil es bringt mir halt eben 20 felder die gerade auf den 13 der planeten jetzt auch nicht super winzig sind aber doch noch ein bisschen ja sagen wir mal da werde ich auf jeden fall ein bisschen platz brauchen meine produktion ist schon recht hoch wenn ich das wenn ich mal so nachgucke also ich kriege 5,6 millionen ressourcen am tag wenn ich jetzt zwei tage liegen lassen bin ich bei 11 millionen ressourcen habe ich jetzt feststellen müssen dass ich deswegen meine speicher noch mal auf eine um eine stufe erhöhen muss also sie werden auf die metall speicher werden auf stufe 12 kommen einfach nur dafür den grund nur zum grund dass ich dann die resten zwei tage liegen lassen kann wie ich jetzt zum beispiel letztens meine flotte über zwei tage gesaved habe und deswegen dann da nicht rangegangen bin und ja dann hatte ich halt auf meinen planeten rote zahlen ist ein bisschen schade wenn man dadurch seine rest verschwärts verschwendet was sonst noch neues in yieldun der der server speaker hat sich uns inzwischen angeschlossen deswegen bin ich auch trotz meiner sagen ich mal jetzt in anführungsstrichen stattlich gewachsenen punkte eher zurückgefallen wenn ihr euch erinnert ich war ja eher im top 800 bereich jetzt bin ich im top weiterhin wieder im top 900 bereich bin also ungefähr grob 100 plätze gefallen ja aber ich bin sehr optimistisch dass ich das bald wieder aufholen werde sobald sich das mit den planeten stabilisiert hat meine planeten meine minen was nachgezogen sind und ich dann ja mich einfach da wieder darauf konzentrieren kann meine forschungen sind halt leicht gestiegen wie gesagt ich würde jetzt hier voraussichtlich einmal elektrotechnik forschen bin ich aber jetzt noch nicht hundertprozentig sicher das werde ich gleich mal spontan entscheiden plasmatechnik bin ich soweit momentan ganz zufrieden mit soweit wie die ist intergalaktisches forschung äh astrophysik ich habe gerade auf intergalaktisches forschungsnetzwerk geguckt ich war gerade am überlegen ob ich das mal weiter ausbauen sollte wäre natürlich auch eine idee das ein bisschen weiter auszubauen alleine weil sich dann halt dadurch die forschungen beschleunigen da muss ich sowieso noch mal meine forschungslabore etwas anpassen denn ich habe zwölfer und zähne aber das war es glaube ich ja okay wie man sieht ich bin da etwas nachlässig ich müsste eigentlich drei drei zähne haben wenn ich mich gerade nicht irre oder drei vierzehn müsste ich nochmal müsste ich nochmal berechnen müsste ich nochmal gucken da gibt es eine berechnung was halt vorrang hat fusionskraftwerke oder intergalaktisches forschungsnetzwerk ist auch nochmal abhängig vom handelskurs und so von verschiedenen Faktoren ist jetzt auch nicht gerade so interessant ähm aber vielleicht mache ich da mal zu ein Video ja mal gucken egal ich ich habe momentan so viel im Kopf ich plane jetzt besser nicht noch weitere Projekte ich bin froh wenn ich es immer mal wieder schaffe Nildo ein Video zu machen und äh ja sonst auch alles auf die Reihe kriegen ähm ja die Allianz wächst und gedeiht ich kann ja mal jetzt hier so bei den Punkten zu gucken ist meiner Meinung nach jetzt für mich also bei mir recht unspektakulär weil ich ja wie gesagt ein bisschen zurückgefallen bin ich werde da ja auch wieder aufsteigen aber im Vergleich jetzt finde ich es interessanter zu gucken wo die Allianz ist wir sind natürlich was gefallen sind boah eine Sekunde tut mir leid ich muss unbedingt mal meine Festplatten formatieren ich habe diesen blöden Fehler seit einiger Zeit ich muss unbedingt mal meinen PC auch neu aufsetzen aber ne woher die Zeit nehmen wenn die Stehlen egal ähm wir haben uns da von vom Grundsatz her gefestigt also wir haben ähm gute Mitspieler leider ist einer unserer stärksten Mitspieler ähm gegangen der hat gewechselt aber kann ich absolut verstehen der ist zu seiner ähm seiner alten Allianz gegangen hat sich mit seinen alten Bekannten zusammengeschlossen also nichts was ich jemandem in irgendeiner Weise übernehmen könnte oder würde und äh wie gesagt da sind wir auf dem gesunden Platz 13 auch nicht so weit von den Top 10 weg nur da sind wir diese 30 oder 34 Millionen Punkte weg ich finde das ist eine eine Punktezahl die man sehr gut erreichen kann ähm in den Top 10 selber sind wie man sieht drei sehr starke Allianzen die einen Durchschnitt von 63 bis ungefähr 76 Punkte haben ne ne eine 3er äh Quatsch Entschuldigung zwei 5er und eine 6er Allianz sowas ähm ist zum Beispiel ähm in Orien eher seltener dass so kleine Allianzen sind aber hier in Yildund wie man sieht sind viele sehr kleine Allianzen von aber dafür recht starken Spielern die im Zusammenschluss sind so Ökonomie gucken wir mal da ist die Taming unter den Top 10 das habe ich sagen wir mal nicht gewusst aber gehofft ich habe jetzt die letzten Tage hier nicht so reingeguckt aber ich habe es gehofft dass wir uns weiter in den Top 10 aufhalten ähm bei den Forschungen mal gucken auch Platz 13 da ist der Sprung ein bisschen größer ich denke das liegt einfach an den Leuten ähm wenn man wenn man sich überlegt wer ja dann in den anderen Bereichen ist dass da wahrscheinlich einige Raider sein werden die also ihre Techs dann ähm die in die Techs und in Astrophysik etwas mehr reingesteckt haben gegebenenfalls auch hier Spionagetechnik und Computertechnik für Mina ist der Fokus auf Forschung naja sagen wir mal auf der Stufe auf der wir gerade sind noch nicht so entscheidend ähm da beispielsweise der Nutzen von Astrophysik gegenüber dem Ausbau von Minen beziehungsweise äh der Ausbau von Plasmatechnik ähm klar am Anfang natürlich auch wichtig ist klar es muss alles im richtigen Verhältnis zueinander sein aber die ähm die Differenz kommt erst zu später mit der Zeit also wenn ich jetzt zum Beispiel weil ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem Brorillnerkont langsam einen Punkt erreicht wo Minen sich weniger lohnen als Astrophysik deswegen habe ich angefangen mit Astrophysik und ähm ja ob ich das wann ich das jetzt fertig kriege dieses Projekt weiß ich nicht muss ich leider sagen ähm ja aber das ist so das was für mich sich als nächstes lohnen würde im Verhältnis dazu dass jetzt ich jetzt alle Minen hochziehen müsste könnte sollte wie auch immer so militärisch werden wir wahrscheinlich so Platz 16 sein what Platz 11 hätte ich jetzt nicht gedacht wird dann wahrscheinlich durch die Verteidigung kommen oder ja auch durch die Masse also wir haben ja durch die Masse der Mina äh die haben sind ja ich glaube fast alle aus der Allianz kennen meine Videos und äh da werden sich wahrscheinlich einige in Punkte Verteidigung auch an meinen Videos orientiert haben aber da muss ich auch ganz klar sagen in dem Punkt es macht einfach die Masse auch ne also wenn man jetzt guckt vom Punktdurchschnitt her mit 730.000 da sind wir ja weit abgeschlagen hinter den Konkurrenten die wir jetzt hier so in der näheren Umgebung haben oh da haben wir einen sehr sehr starken eine Ein-Mann-Allianz einsam und verlassen ja stark stark ja so sieht es momentan aus hier auf Yildun ähm ich werde jetzt gleich anfangen meine Transporter ein bisschen durch die Gegend zu schicken dass die tüchtig 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 wie sie sind meine Minen weiter ausbauen oder besser gesagt dass die Transporte die Transporter sind nicht so Minen ausbauen die sind nur zum Ressourcen transportieren ich werde durch einen beherzten Klick mit der Maustaste ähm die Minen ausbauen und ja dann bin ich am überlegen ob ich vielleicht sogar heute noch einen Planeten abreiße ne ich glaube heute werde ich das nicht machen weil ich bin morgen morgen ist ja Halloween ein fröhliches Buh allerseits äh da denke ich werde ich eher mehr unterwegs sein und nicht so viel am Zocken ich denke Donnerstag wäre eine ganz gute Idee Donnerstag ist ein Freitag da könnte ich mich dann damit ein bisschen beschäftigen ich glaube das wäre eine ganz gute Idee seinen seinen Planeten abzureißen ja wie gesagt es fehlen noch drei die habe ich dann auch aufgehört auszubauen die sind eigentlich nur noch sozusagen als Farmender ich sammle nur noch die Ressourcen ein die werde ich jetzt gucken dass ich die innerhalb des nächsten Monats erledigt habe ich versuche das einigermaßen langsam zu machen dass auch die ne wie ihr gesehen habt auch die Planeten einigermaßen hinterher kommen dass die von den Ressourcen von den Minen von der Höhe von der Stufe ähm auch ein bisschen nachkommen dass man ähm dann nicht sozusagen nur noch Baustellen hat weil man einfach nur noch die Minen nachklicken muss aber gar keine Produktion mehr hat Desterveje werde ich das jetzt ein bisschen langsam machen ja ähm es kommt auch bald die Zeit wo ich mir dann oder wo ich drüber nachdenken würde mir einen Geologen zu kaufen ich denke das würde ich ja so ab 10 Millionen Punkten wäre das so die Zeit wo ich sagen würde im Zusammenhang mit der hohen Ökonomie und mit der Höhe der Minen die ich dann bis dahin habe beziehungsweise der Anzahl der Planeten denke ich wäre das dann mal so ein Zeitraum wo es sich lohnen könnte das zu machen so ich überlege gerade Anlagen ist ja nichts Spannendes ich muss meine Nannis noch ein bisschen ausbauen ich habe die jetzt schon angefangen auf Stufe 5 zu bauen einfach dass der ganze Minenbau ein bisschen schneller geht weil ich in letzter Zeit äh ja wobei es eigentlich doof war in letzter Zeit bin ich jetzt so wenig zum Zocken gekommen deswegen bin ich so wenig zum Handeln gekommen deswegen habe ich eigentlich gar nicht so viele Ressourcen gerade rumliegen ähm da kann ich jetzt gar nicht so die Massen klicken aber ich werde wie gesagt jetzt wieder aktiver spielen werde gucken dass ich mehr Ressourcen zusammenkriege und weiter Punkte mache alles klar so viel zu meinem Account ich hoffe das Video hat euch gefallen das war vielleicht auch ein bisschen lehrreich und ähm interessant vielleicht äh könnt ihr euch ja ein bisschen aus meinen Fehlern lernen also ich habe meine Save-Technik wirklich verbessert die Sache ist einfach nur ähm es war ein dummer Fehler auch mit den den Raidern äh die mir die Ressourcen die mir die Ressourcen geholt haben dem bin ich absolut nicht böse warum auch weil das war mein eigener Fehler ich muss sagen ähm die spielen auch sehr fair bei ihrem Orion Universum auch wenn immer mal wieder Leute Probleme mit den Raidern bei uns haben klar kann ich verstehen ich meine es ist frustrierend ich war auch richtig abgefuckt danach muss ich wirklich sagen ich war richtig abgefuckt danach ähm aber ich war eigentlich über mich selber sauer ich habe mir ich hatte mir einen Wecker extra gestellt ich wollte nur kurz Ressourcen zusammenziehen direkt wieder wegschicken schön auf Save lassen die Flotte nicht sehen lassen ich habe das richtig schön durchgezogen was ist es kam eine Kleinigkeit dazwischen ich habe kurz das Handy weggepackt ähm habe mir keinen neuen Wecker gestellt habe nicht nachgedacht meine Flotte stand meine Flotte gang ging Entschuldigung gang und ähm deswegen und deswegen ich muss wirklich sagen die die Raider verhalten sich bei mir im Universum auch sehr sehr fair auch mir gegenüber ähm ich handle ab und an mit denen ich schreibe mit denen ab und an und äh da muss ich wirklich sagen finde ich finde ich ein gutes Verhalten ich finde es äh manche übertreiben es nicht bei uns jetzt im Orion das hat zum Glück nachgelassen es gab eine ganze Zeit da hat es ein bisschen von äh manchen Spielern so ein bisschen überhand genommen die dann halt regelmäßig Planeten äh die Munde geschliffen haben und äh das wurde dann das waren dann so Zeiten wo das dann teilweise echt frustrierend war weil äh ja wie man jetzt gerade an ähm meinem Allianz Kollegen Speedy merkt die Videos die Videos habt ihr vielleicht auch schon gesehen äh der momentan einen Einmann Feldzug gegen Platz 1 führt naja und halt dabei die einzige Technik anwendet die man als Mina anwenden kann gegenüber Raidern und zwar eine Guerillataktik falls ihr dazu was sehen wollt schaut einfach mal Speedy O-Game da werdet ihr die Videos dazu sehen ähm finde ich auf jeden Fall eine interessante Geschichte ich hab ihm auch gesagt ich hab ähm ich stehe da dem ganzen neutral gegenüber ich kann beide ich kann ihn natürlich total verstehen dass er da gefrustet ist ähm wo mir eine Zeit lang die Munde gekillt wurden war das auch eine Zeit wo ich sehr sehr gefrustet war und äh solchen solchen Ideen auch nicht abgeneigt sagen wir mal ähm bei ihm hat es für ihn selber einfach einen Punkt überschritten er hat sehr sehr viel Energie reingesteckt und äh ich finde auch das muss honoriert werden oder das muss zumindest was heißt honoriert das muss respektiert werden weil genauso wie ein Raider sehr sehr viel Energie in seine Flotte steckt in sehr sehr viel Zeit in Planung in seine Raids in seine Angriffe hat er in seinen Plan oder in seine Durchführung da sehr sehr viel Energie reingesteckt und ähm ja ich bin gespannt wie weit er damit kommt wie das alles weiter geht ähm und was das für Auswirkungen allgemein hat das äh das kann ich jetzt so auch gar nicht abschätzen und ähm da bin ich sehr sehr gespannt ich kann es euch nur ans Herz legen schaut es euch mal an gebt einfach mal Speedy ne wie die Maus bei YouTube ein schaut also Speedy O-Game da müsstet ihr seine Reihe finden da müsstet ihr seinen Kanal finden schaut euch die Sachen mal an werdet ihr auf jeden Fall interessant finden so jetzt wollte ich eigentlich schon lange äh mein mein Schlussplädoyer halten jetzt habe ich mich aber doch wieder verquatscht hm wie untypisch für mich egal so okay ich hoffe es hat euch gefallen ihr konntet ein bisschen was lernen ich hoffe ganz ganz stark ihr lernt aus meinen Fehlern wie gesagt auch wenn ihr kurz mal was anderes macht auf und ihr müsst vergesst eure Flotte zu safen oder sagt euch ah ich guck in 5 Minuten nochmal ich mach das ganz kurz fertig macht euch irgendwie nochmal einen Wecker macht euch eine Notiz oder irgendwo ein Kreuz oder bla 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 irgendetwas womit ihr euch nochmal ins Gedächtnis ruft ich muss nochmal nochmal eine Flotte gucken ja sonst werdet ihr euch mächtig ärgern ja gut meine Schlussworte wie immer wenn euch mein Video gefallen hat schenkt mir einen Daumen nach oben wenn ihr mich unterstützen wollt schenkt meinem Kanal ein Abo und empfiehlt mich gerne gerne weiter und unten in den Kommentaren ist jede Menge Platz wie immer für Kritik Lob Fragen Vorschläge äh keine Ahnung was auch immer bis zum nächsten Video euer Ionitas Ich bin ich bin die äh